Nelsons Sportgeschäft Hallo, ich bin Dietmar Nelson und das ist mein Sportgeschäft. Also, alles ist sehr, sehr billig, aber nur diese Woche, von 13. bis zum 20. April, ist alles ganz billig. Wir haben Frisbees, viele Farben Frisbees, auch mit Divo, viele Frisbees und wir können die Frisbees werfen. Also, die Frisbees sind sehr, sehr billig. Wir haben auch Sachen für Skilaufen. Skilaufen macht Spaß. Skilaufen macht Spaß. Ich liebe Skilaufen. Das ist für Skilaufen und das ist sehr billig. Diese Schuhe sind für Skilaufen. Sehr billig. Nur 1000 Mark für diese Schuhe. Diese Schuhe sind alt, aber gut. Diese, die sind für Skilaufen, die sind alt, aber gut und kosten nur 1 Million, 1 Million Mark. Sehr billig. Nelsons Sportgeschäft. Alles sehr billig. Diese Woche. Und wir haben Hacky-Tack. Wir haben Sachen für Tennisspieler. Wir haben Tennisballen und Tennis. Wir haben auch Baseballhandschuhe und Baseball. Sehr billig. Alles ist sportbillig. Nur diese Woche. Wir haben auch Ski. Diese Ski sind billig. Sehr billig. Und wir haben ein langer und ein kurzer. Sehr gut. Die passen sehr gut zusammen. Das sind meine Haussachen. Und wir haben eine Pumpe. Diese Pumpe kostet nur 100 Mark. Und diese Pumpe geht sehr gut zusammen mit diesem Fahrrad. Dieses Fahrrad ist alt, aber gut und kostet nur 1000 Mark. Sehr billig. Alles ist billig. Das ist Nelsons Sportgeschäft. Und alles ist sehr billig. Also, kommen Sie. Kommen Sie zu Nelsons Sportgeschäft. Heute. Alles ist billig.